Von Azubis für Azubis. Auch dieses Jahr fand wieder der alljährliche Infotag beim Familienunternehmen Schwan Stabilo statt. Herzlich willkommen beim Tag der Ausbildung bei Schwan Stabilo. Ein spannender Nachmittag für rund 120 Gäste mit einem Überblick zu den drei Geschäftsbereichen Kosmetik, Stifte und Outdoor sowie allem Wichtigen zur Ausbildung und dualem Studium. Wir legen Wert darauf, dass unsere Auszubildenden neugierig bleiben auf neue Produkte und auf die Welt. Das macht unsere Ausbildung bunt und spannend. Besonders gut kam der Mix aus Theorie und Praxis an. Immer wieder hieß es an den Infoständen quer durch die Produktion, Chemielabore und Büros, Produkte bitte anfassen und ausprobieren. Wir bei Schwan Stabilo bieten Schnupperpraktika an. So können die Schüler in bestimmten Ausbildungsberufen innerhalb einer Woche schnuppern und sich mit unseren Azubis vom Schwan austauschen. Das ist eine ganz tolle Geschichte, weil sie so eine Orientierungshilfe erhalten, um herauszufinden, ob der spätere Beruf ihnen einmal zusagt oder nicht. Ich habe mich schon während meiner Schulzeit sehr für Chemie interessiert. Und jetzt bin ich seit eineinhalb Jahren hier und mache mit sehr viel Freude und Begeisterung meine Ausbildung zum Chemielaboranten. Neben unserer klassischen Ausbildung, die wir anbieten, bieten wir Verbundstudium an. Das ist eine Kombination aus klassischer Ausbildung mit viel Praxisanteil und ein Hochschulstudium. Mit einem Abschluss zum Bachelor, Maschinenbau oder Elektrotechnik. Mein Verbundstudium bei Schwan Stabilo gefällt mir sehr gut. Im ersten Lehrjahr habe ich technische Grundlagen gelernt, die ich dann super im ersten Semester gebrauchen konnte. Ich mache meine Ausbildung bereits bei Deutschlands. Ich bin jetzt im zweiten Ausbildungsjahr und ich fand es sehr spannend, hier mal dabei zu sein. Ich finde gut, dass ich bei meiner Ausbildung bei Schwan Stabilo viele verschiedene Bereiche kennenlerne und dass wir zusammen im Team uns super verstehen und das Betriebsklima einfach toll ist hier. Ausbildung hat einen großen Stellenwert in der Schwan Stabilo-Gruppe. Wir sehen immer beide Aspekte. Auf der einen Seite ist es Teil einer gewissen gesellschaftlichen Verantwortung und auf der anderen Seite kriegen wir natürlich durch die Ausbildung die Führungskräfte von morgen. Aus Schwan Stabilo gibt sich schon sehr viel Mühe und das ist ganz wichtig für mich als Schulleiter, dass meine Schüler die Möglichkeit haben, im Unternehmen selbst alle Ausbildungsmöglichkeiten herauszufinden und zwar am besten vom Mund des Azubis und nicht vom Mund des Chefs. Am Ende des Infotages war das erstaunend groß, wie viele verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten es unter dem Dach der weltweit erfolgreichen Firmengruppe gibt. Es war abwechslungsreich, informativ, spannend und interessant.